hey leute und herzlich willkommen nachdem gerade das hier passierte aber ich fühle mich hier trotzdem nicht wohl weil wenn ich jetzt sterbe lade ich wieder kein video hoch oh shit ich sterbe okay ich lade nicht wieder hoch tschüss bin ich jetzt bereit für eine neue runde auf ein neues glück und so weiter und so fort vorhin lief nicht alles wie es laufen sollte leider weil von allen seiten mir die leute das bett abgebaut haben ich habe glaube ich auch einen gekillt ja ich habe einen gekillt aber ich wollte mal wieder eine runde aufnehmen das muss ich jetzt hier alles neu sagen es ist so nervig und ich habe es einfach ich habe sogar gespielt aber ich hatte irgendwie vergessen aufzunehmen und dann hatte ich keinen bock dann mikro aufzubauen und so aber da ich sowieso beim zocken oft rede dachte ich mir kann ich eigentlich auch gleich let's play wieder mal machen und ja ich bin hier tatsächlich unfreiwillig mit simloth im spiel nicht unfreiwillig falls mich nerven würde sondern weil er mir hinterher gejoint ist also den kennt ihr vielleicht vielleicht auch nicht aber mit dem zock ich eben ab und zu und der kennt meine taktiken und weil er ein hinterhältiger sack ist wird er sie auch gegen mich selbst anwenden ich bin gespannt so so hoffentlich baut sich der typ nicht zu mir ach komm ich habe kein essen das ist uncool was macht denn der ich will mir kurz essen was macht er das gefällt mir gerade gar nicht ne der könnte nämlich direkt weiter zu mir und das würde mir gar nicht gefallen ehrlich gesagt gut der wollte halt so mehrere textblöcke verbauen das war dem sein ziel wie mache ich das jetzt am besten wie mache ich das jetzt am besten so mache ich das wahrscheinlich am besten natürlich hat er sein bett eingebaut so läuft das doch besser ich war schon vom mikro weg sorry dafür stärkeres schwert holen wir uns erstmal dann holen wir uns noch eine speed potion wir haben schon viel zu viel blumen im inventar ich bin froh wenn gomme das mal fixen würde so blöcke brauchen wir auch noch was macht er echt da drüben ach der hat schon einen bogen ist wahrscheinlich sogar simloth wenn er einen bogen hat nicht mal simloth ist in der mitte und schießt wahrscheinlich von dort der holt sich immer gleich einen bogen ich spiele diese spiele aber gerne manchmal anders also dass ich da immer ein bisschen variiere simloth ist gestorben team von arz wurde abgebaut das heißt er ist jetzt weg vom fenster jetzt ist er weg vom fenster er hat das spiel verlassen schwach muss ich sagen aber das heißt es gibt keinen mehr mit bogen so wie ich das verstehe oder hoffe es zumindest lol ähm und ja das ist eigentlich ganz cool wenn niemand einen bogen hat wie lange man einfach braucht um sich darüber zu bauen viel zu lang sage ich euch wow wow da bin ich mal kurz erschrocken das war nämlich nicht im plan als ob dieser hobbylose typ sein bett mit eisen hallo und tschüss hey der war one hit krass also der blaue ist das hier der hat jetzt auf jeden fall ein bow welche farbe bin ich eigentlich ich bin gelb und ich habe auch noch mal ein bett das ist cool für mein bett und auch für mich ähm ich sollte mich darauf wappnen dass der vielleicht sein bett tatsächlich komplett mit eisenblöcken eingebaut hat ähm ich baue mich glaube ich aber der hat 100 pro ein bow ich baue mich jetzt trotzdem mal zu dem auch wenn es ein kleines risiko darstellt aber es ist vielleicht ein risiko was es wert ist eingegangen zu werden ich bin gespannt vielleicht ist es auch gar nicht der blaue oder so also dass der nur nach hause läuft ach mann ich entsneake einfach richtig dumm aber ich habe ja noch mein bett also alles cool jetzt ist es wahrscheinlich direkt weg da hätte wenigstens niemand den kill bekommen so da drüben wohnt tatsächlich niemand das ist schön für den zack 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 ist los siebener können wir uns leisten bessere spitzhacke können wir uns auch leisten wir sind ja rich so ähm wow und speed potion noch die wir vorhin gar nicht gebraucht haben ein warp noch eins zwei drei zack und dann können wir vielleicht sogar noch tatsächlich auch eisenblöcke machen wie der aber es gibt wahrscheinlich nicht viele ja zwei stück das ist natürlich heldenhaft ähm wo haben wir es so zack 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 und so essen auch noch dann kümmern wir uns erstmal nicht um den typen den bau hat sondern erstmal um die leute die eben keinen haben dann ist das mir doch irgendwie lieber so ich war ein bisschen arg verschwenderisch mit den blöcken ach jolo ist mir jetzt egal so ähm wir bauen uns jetzt darüber weil der scheint schon noch am leben zu sein ich weiß es nicht was ist der rot rot ist noch am leben ja wieder mal riskanter move ich gehe nochmal schnell nach hause und ziehe mir die speed potion rein einfach weil ich sie mag ich mag diesen etwas größeren weitwinkel allein schon weil man damit einfach nochmal ein bisschen mehr sieht klar stören mich die partikel ich könnte sie auch ausstellen aber dann würde ich nicht sehen dass die gegner haben das würde ich auch nicht wollen so rot lebt noch aber ich habe das gefühl rot ist nicht bei rot und ich glaube mein gefühl trügt mich auch nicht unbedingt wenn es mich natürlich trügt was für ein altertümliches wort eigentlich trügt dann ist natürlich doof aber ich glaube nicht dass es mich ach Mist jetzt muss man die tatsächlich noch abbauen vielleicht hätte man zwischendurch greifen können hallo tschüss nein als ob das ist so ein typ mit so einem mega ping der dann einen wegpanscht obwohl er nur eine hand hat so was machen wir jetzt jetzt haben wir uns eigentlich einmal außenrum gebaut beziehungsweise er hat sich für uns schon einmal außenrum gebaut danke nein ach man heute sterbe ich doch echt nur durch dummheit naja so eine folge muss es auch mal geben ach man ist das ätzend also durch dummheit sterben ist halt echt immer das nervigste aber ich habe das gefühl und ich hoffe mein gefühl drückt da haben wir wieder das wort mich nicht dass der andere nicht gerade der beste ist und ähm ja dann könnten wir uns ihn vielleicht noch holen selbst wenn er Bo und so hat Bo ist ja nicht alles ne zack und blöcken noch und essen oh Mist jetzt bin ich aber auch gerade wieder hier aber ich glaube ich brauche nichts mehr ja alles cool alles coolio alles Gangsters Paradise wie auch immer vielleicht kennt ihr das Lied vielleicht auch nicht nur wenn immer wenn ich das wow immer wenn ich das Wort Coolio höre dann denke ich an das Lied Gangsters Paradise weil das von Coolio ist aber es ist ein sehr altes Lied aber ich glaube man kennt es trotzdem und nein ich werde das jetzt hier nicht singen ich hole mir noch kurz eine Speed Potion und einen Warp warum ich mir auch immer einen Warp hole aber es ist halt einfach cool ne äh 1,2,3 zack brauche ich noch was ne ich will wieder meinen Weitwinkel zack lol komischer Weg ach ein Blau lebt noch und das ist Blaus Bett ach das heißt der ist ah ok dann war der echt nicht zu Hause dann hatte ich vorhin richtig geraten natürlich jetzt cool dass Blau auf mich schießt ich weiß leider nicht von wo so dass ich sagen könnte ey yo ich weich dir voll aus man du kannst mir gar nichts ich habe ja gesagt man kann zwischendurch greifen ach was es ist so einer von diesen Typen der sich keine Rüstung macht die sind mir ja persönlich die Liebsten weil solche Leute habe ich gefühlt jeden Tag im Team und das ist dann ey das ist ja so nervig Leute im Team so haben die äh ja naja zack 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 er wird vielleicht jetzt mein Bett abbauen das wäre natürlich suboptimal aber dann wäre es halt so richtig nervig dieses Geräusch ah da ist er er wird so tun als hat er keinen Bogen das ist klar aber er hat auch nichts davon er hat keinen Weg zu mir oder so ich bin noch der Einzige mit Bett ich kann mir jetzt eigentlich die ganze Zeit irgendwelche riskante Scheiße machen sowas hier zum Beispiel ach man er trifft natürlich perfekt ich hasse diesen Unsichtbarkeitsdrang ich glaube man sieht nämlich noch den Namen und das mag ich an diesem Drang gar nicht dass der an sich natürlich OP sein könnte es aber nicht ist weil er einem nicht viel bringt also er ist ja eigentlich wahnsinnig teuer und damit könnte man rechtfertigen ja okay dann kann er auch mächtig sein wenn er teuer ist aber Gomme dachte sich so ey yo Leute lasst es mal so machen dass man den Namen noch sieht und dann sehe ich da halt leider keine Zukunft drin so es ist ganz cool wenn man mal viel Eisen hat ich meine ich hatte ja Meeresdecks deswegen fand ich das eigentlich ganz okay aber so an sich ist der halt schon ziemlich sinnlos dieser Drang so ich weiß jetzt nicht wie mich der andere holen will er kann eigentlich über jede Richtung der Welt gehen glaubt ihr ist nach Hause gegangen ich glaube er ist nach Hause gegangen ihr könnt mir ja sowieso nicht antworten er ist auf jeden Fall nicht der hellste sag ich mal wenn er keine Rüstung hat aber er hat ja den Unsichtbarkeitsdrang offensichtlich gekannt oder mich gesehen und hatte dann auch den Skill mich zu treffen also das war schon nicht schlecht ich könnte mir schon wieder welche kaufen ziemlich sicher ja welche sogar ich kaufe aber erst mal Speed weil Speed ist gut also man hat schon klasse Vorteile durch so Speedtränke machen wir trotzdem mal wow er ist runtergefallen wow GG schade ich hätte ihn gern noch irgendwie so richtig cool gekriegt aber dann war es das mal wieder mit einer Folge ich hoffe wir sehen uns bald wieder lasst ein Like da schaut auf meinem Hauptkanal vorbei bla 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 bis dann tschüss Bis zum nächsten Mal.